Jetzt aber, jetzt aber, lass mich... Warum hat er den jetzt runter... So eine verdammte... Näääh! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Newer Super Mario Bros. Wii auf ZX hier mit dem Fabi. Und wir sind am Castle angelangt. Chilsier Castle in der Freeze Flame Glacier Welt. Welt. In der guten Welt. Und das sieht sehr stachelig aus, habe ich so das Gefühl. Hoffentlich ist es wenigstens kein Scrolling Level, so wie sein Vorgänger. Das wäre schon sehr von Vorteil. Warum haben wir jetzt auf einmal Wasser? Gut, Feuer und Eis ergibt oft Wasser, aber... Äh, keine Ahnung. Okay, da ist Eis. Vielleicht gibt es hier auch verschiedene Bereiche. Wer weiß das schon. Wah, wah, wah. Nein! Alter. Und diese Schreierei ist echt nicht gut für den Hals. Oh Gott. Als ob. Ich kann doch gleich wieder neu starten. Was ist denn das hier? Danke. Danke. Krass, ich habe die Starcoin bekommen. Habe nur mich zweimal dabei treffen lassen. Ist echt nicht viel, nicht Leute? Das kann man leicht mal so machen. Kann man ruhig mal so durchskillen. Mit nur zwei Treffern. Bevor man etwas einsammelt. Mhm. Heute haben wir wieder was gelernt. Das war ganz okay. Ja. Wenn wir diese Kugeln einfrieren, oder was sollen wir denn hier machen? Wie soll man das überleben? Kann man da irgendwie untertauchen? Oh Gott. Die Steigung mit dem Pinguin ist auch ganz anders. Das heißt, ich muss da drüber springen, oder wie? Fuck. Ja gut, aber sonst hätte ich die Starcoin nicht bekommen. Hilft ja alles nichts. Und rein hier. So, eine Starcoin noch. Bis jetzt ist das um einiges einfacher als das Zwischencastle. So mein Fazit bisher. Sieht verdächtig. Ach, das ist ja nur der Hintergrund. Und ich will ja sagen, das sieht verdächtig aus nach einem Weg. Dabei ist es hier im Hintergrund. Diese blauen Steine. Bro, bro, bro. Hey da. Warte mal. Geht die Kamera auch runter? Nee, ich glaube nicht, dass da was ist. Könnte zwar sein, also wenn mir jetzt wirklich die Starcoin fehlt, dann weiß ich, wo ich schauen würde. Auch vielleicht hier auf den Blöcken drauf, die jetzt einfach kaputt gingen. Könnte da natürlich auch oben drüber noch so einen unsichtbaren Block platziert haben. Er, sie, es sind mehrere Leute gewesen. Könnten die auch das da platziert haben, ja. Noch ein Pinguin-Süd. Den heben wir mal auf, falls ich jetzt gleich den hier verlieren sollte. Geht's da hoch. Sieht nicht nachdurchlässig aus, aber hätte das sein können. Der tänzelt sich so voran, der Anzug. Der fällt eh gleich in den Abgrund. Und jetzt verliere ich ihn natürlich. Bestimmt ist er jetzt weg. Naja, egal. Wo stoßt du so an? Na, okay. Das war fucking knapp. So, ich hätte jetzt ganz gern die dritte Starcoin mal so zwischendurch. Wäre das ganz schön. Wäre ganz super. Ich habe Angst hier dazwischen. Alter. Puh. Die Stelle ist auch fies, oder? Jetzt hätte ich ganz gern ein verstecktes Item, sonst könnte das Ganze hier böse enden. Ich kriege zwar wieder einen... Ich wollte gerade sagen, ich kriege zwar wieder einen Yoshi, aber... Der allein reicht mir nicht. So, wir besiegen nur einen von beiden. Wir besiegen nur einen von beiden. Hammer, Hammer festgestellt. Wenn einer tot ist, sind beide tot. Außer, dass es jetzt hier schwieriger gemacht ist und es ist dann wirklich nur einer tot. Aber wo nehme ich dann das Feuer oder das Eis her, das ich zum Besiegen brauche? Fuck. Komm wieder her, Yoshi. Wir müssen hier mit Albino Yoshi gegen... Feuer und Eis kämpfen. Trotzdem muss ich irgendwie an Sonne und Mond denken. Ich weiß nicht. Ah, Pokémon. Mal schauen, ob das jetzt wirklich schwieriger ist. Nein. Es ist vorbei. Yoshi wird noch schön der Arsch verbrannt, bevor der Kampf aus ist. Aber es ist vorbei. Ja. Also Fazit. Die Welt war cool. Hatte auch ihren Schwierigkeitsgrad, ja. War vollkommen in Ordnung. Aber das Zwischencastle war um einige schwerer als das Endcastle. Snowdrift Airship. Oder ich habe mich um einiges dümmer angestellt. So. Jetzt werden wir die Welt aber wirklich abschließen, hoffe ich. Wie immer das Luftschiff zum Ende. Mit schöner Umgebung. Schneeflocken und so. Fick dich. Ich zerstampfe dich mal richtig. Mein Freund. Ich wollte gerade sagen, ist hier oben schon wieder eine, aber das war ja gerade im vorigen Level schon. Oh Gott. Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer fucking Ernst? Hoho. Als ob. Als ob. Als ob. Diese Kacke hier true ist. Och, komm. Alter. Relativ gut gelöst. Auch wenn ich mich vorher zweimal treffen habe lassen, weil ich es nicht gecheckt habe. Aber ich glaube, das ist die einfachste Methode, das da ganz an der Seite zu machen. Und dann vielleicht mit einem Wandsprung eben so auszubalancieren, wenn das funktioniert. Wenn es funktioniert. Alter. Nein. Mich würde es interessieren, ob es da oben was gibt. Nein. Gibt es nicht, so wie es ausschaut. Ich wurde nach unten gedrückt irgendwie. So. Nun. So. Ich hoffe, wir haben noch nichts verpasst. Es wäre ganz schön, wenn wir jetzt hier die, wenn das hier die Nummer 2 wäre. Gott. Wollt ihr mich verarschen? Was soll ich denn hier machen? Vielleicht einen Eisblock werfen? Nein. Nein. Ah. Gut. Im Luftschiff stelle ich mich dann wieder an. Das andere habe ich gleich durchgehabt. Also, mit, fast ohne Fail, sagen wir es so. Ne. Ne, ne, ne. Wir probieren es mal so. Ob wir es ohne irgendwas schaffen. Wartet mal. Ach ja. Da war ja was. Das war es nicht. Das war es auch nicht, ey. Gib mir jetzt einen Block. Ja, haben wir es jetzt dann. Bitte. Das Bombardement hier ist ja Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit geht doch. So, du lässt mich auch schön in Ruhe. Hoffe ich für dich. So. Erste und zweite Starcoin. Ist abge... hockt. Ho, 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 ho. Boah. Alter. Nein, ich bin doch... Das sind wieder mal diese Scheiß... Das sind wieder mal diese Scheiß... Muttern, ey. Wo geht's denn hier lang? Ah, okay. Versteckte Eisblume. Jetzt wäre noch... Schön... Nicht ganz so versteckte... Oh, fuck. Ach, komm. Oh, da hinten war... Die letzte Coin. Verdammte Scheiße. Die war ja ganz offensichtlich, ey. Ja. Ja, okay. Ist vielleicht auch besser so. Ist vielleicht auch besser so. Dann passt das wenigstens alles noch. Lalalalalala. So, komm schon. Go, Mario, go. Ha, Super Mario. Super Mario Run. Da goet der und so. Es gibt Pokémon Go und Super Mario Run. Das sind beides... Das sind beides Apps. Und ja, Mario Go ist dann eine Mischung. Außer... Ja. Lustig. Äh. Geil. Was war denn das? Ach, pisst euch doch, ey. Ach, komm schon. Jetzt habe ich dann gleich keine Blöcke mehr. Dann muss ich mich auch wieder umbringen, ey. Das will ich doch jetzt gar nicht. Ah, bi... Hey, ich kann mich gleich umbringen. Was soll denn die Kacke hier? Und tschüss. 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 Mann. Ich hasse diese Kacke. Snowdrift Airship. Wieder mal. Zack. Jetzt aber. Jetzt aber. Lass mich... Warum hat er den jetzt runter... so eine verdammte... Nrgh! Geil. Gleich sind sie wieder alle. Was machst du da? Was machst du da? Zur Hölle. Ja. Der Block ist auch weg, oder? Ne, ist er nicht mal. Ey, wie oft soll ich mich jetzt hier noch umbringen Vorher Vorher hat es doch geklappt, warum jetzt nicht So, neuer Versuch Ey So erreiche ich niemals die 99 Leben Dann werden es halt keine 99 Leben In dem LP, ist auch egal Was tust du da Mario Ja gut, dann nehmen wir halt wieder von vorne Ich habe mir gedacht, ja nimm von hinten und spring gleich da oben drauf Aber das geht nicht Geht doch Hat er den untersten Zipfel noch berührt, ey Lass mich hier einfach vorbei Ich würde gern einen Pilz haben So Ein kleines Bedürfnis wäre das schon von mir Ich glaube hier war einer, oder? Wenn ich mich recht erinnere Ja, zum Glück Komm her Warten wir mal, bis das Feuer passt Soll diesmal nicht dumm sein Direkt hier hoch Nein Und wieder dumm gewesen Trotzdem Aber hier hinten war eine Eisblume versteckt, gell? Oder war das Nur ein Pilz? Ja, wenn ich jetzt Klein bin Aber ich glaube ich war vorher auch Klein Nein, war ich nicht Ach komm Mario Lauf halt 10 Minuten an der Stelle Bevor du Aber da muss jetzt ein Item drin sein Wenigstens ein Pilz Ja Hau doch ab du scheiß Willi Scheiß Verfolger hier Jetzt komm Let's go Ja, wenn die Ja, wenn die Wir wissen Du schmeißt tolle Elektrische Ringe Um dich herum Oder so Einmal Fuck Es macht so viel Spaß Das immer wieder zu tun Das Ganze hier Das alles Was ist hier? Nein Hm Mario Du bist so ein Zipfel Ja, geil So Jetzt noch hier durchkommen Ja, genau Ist klar Kack, Kanonenkugel Ich konnte nicht warten Aber weiter konnte ich auch nicht Na toll Wenn das so weiter geht Schneide ich es euch jetzt gleich Habe ich wieder nur zwei Level geschafft Das eine wieder in kürzester Zeit Und das andere Da gammel ich dann wieder eine halbe Stunde rum Gefühlt Ist ja keine halbe Stunde Aber Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck Diesmal keine Kack, Kanonenkugel dabei Und hier Holen wir uns nochmal unseren Pilz Damit wir uns hoffentlich Am Ende Es war klar, dass es jetzt hier auch kommt So Dass wir uns hoffentlich am Ende Von der Strecke hier Oh Gott Jetzt kommst du natürlich Komm, Feuer Noch mal weg Und runter Komm Geh, geh, geh Geh, geh, alter Geh, geh Ach, bitte Geh da hoch Mario Du Idiot Komm Geh da hoch Lass den Scheiß Geh, geh, geh Ja, als ob da jetzt ein Block ist Vorher war doch da keiner, oder? Dö, 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 dö Okay, nur eine Eisblume Weiter, 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 weiter Kann ich sie jetzt einfrieren Oder wie ist das? Ich glaube, die ist dann Minimal kurz eingefroren Wie diese großen Piranhas, gell? Ne, das macht ihr Erstmal auf den ersten Schuss Gar nichts Diesmal platziere ich mich nicht In einem Eck Weil das war vorher eher Von Nachteil Jetzt ist, jetzt läuft es besser Freu dich aber nicht zu früh, Fabi Weil Du kennst den Scheiß Ja, genau Jetzt wollte ich zu früh drauf springen Aber jetzt klappt's Blöde Wendy Blöder Lappen Blöder Part Wenn er euch trotzdem gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Wenn es heißt Let's play Newer Super Mario Bros Wee Tschüss 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 Tschüss